und jetzt immer wieder bei alien isolation nächste folge finden sie einen aufzug zum siegson communications ja genau Oh Gott des Willen Witzig Das ist echt witzig Huch Achso So was haben wir hier Neuverkabelung zugreifen Aha Was ist das? Nutzen Sie Neuverkabelung um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung Wenn Sie etwas seit unserem Kanzigdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus Aha System wählen, Tasten bewegen Watt Pfff Was weiß ich denn? Transitstation Nehmen wir doch mal Lautsprecher Aktivieren Oder was? Hab ich jetzt? Ja, es gibt nur das Ja Ja Genau Pff War das jetzt richtig? Ich hoffe es So, hier gibt's erstmal wieder zum Speichern So Speichern, speichern Weil ich Alles schlimm ist hier So, wo müssen wir hin? Finden Sie einen Aufzug zu Sixen Communication? Äh Gehen Sie zu Sixen Communication? Ah ja Skimeturm Um Gottes Willen Um Gottes Willen Okay Nein Hallo? Jetzt ab Na ich geh mal da hoch Was soll's Oh oh Zugangscode Lass mal schneiden Lass mal schneiden Oh je meine Tür ist verschlossen Da hinten Da ist auch was Nehmen Sie den Aufzug zu Sixen Nehmen Sie den Aufzug zu Sixen Ja Da hinten ist jemand Oh oh Bleiben Sie zurück! Scheiße! Nein! Hallo! Aufstehen! Leute! Hier drüben! Hier ist jemand! Oh fuck, fuck, fuck! Himmel, Arsch und Zwirn Ich weiß gar nicht wohin Karte nehmen Ich geh auf die andere Seite Hehehe Oh Um Gottes Willen Bin ich hier noch reingeraten Ähm Das ist doch dort Ja toll, was mach ich da? Schauen wir mal was hier ist Oh um Gottes Willen Jetzt schauen wir erstmal Jetzt schauen wir erstmal Was hier ist Sicherheitssystem Lalalala Schalalala Schalalala Schrott Wo ist es dies? Brauch nix! Ok Ja toll, ich muss da hin Mir bleibt ja nichts anderes übrig Oh Suche! Hä? So, Strebe entfernen Was denn? Hallo! Achso ja, stimmt ja Jetzt auch Jetzt auch So Achso Läuferkabelung Um Gottes Willen Warte mal Was haben wir hier? Was ist das? Ja genau Ja genau So brauchen wir es Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend Oh Gottes Willen Ich zeige dir nicht Gott Kleine mal da rein Schauen wir mal was da hingeht BAM 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 BÄ BÄ BUM 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 Und wo geht's denn? Hä? Ja, hat er viel gebraucht. Oh nein. Ich will gar nicht... Oh fuck ey. Da ist jetzt gar keiner, oder? Wo muss ich hin? Ah, da hinten, okay. Da, ja. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu entgehen. Aha. Der Schaltkreis ist hin und dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Was? Datenzelle? Das weiß sie nicht. Oh bitte. Da hinten. Oh nein. Hier lang. Sie war unten. Höh. Psst. Hat das noch jemand gesehen? Oh Gott. Oh bitte. Oh bitte. Hm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh bleib unten. Oh fuck. Oh. Das. Mist. Was mache ich denn da? Okay, noch mal. Mist. Verdammte. Okay, ich habe ja gespeichert. Gott sei Dank. Okay. Okay. Hallo. Mach auf. Oh. Hier drüben. Hier ist jemand. Oh man. Jetzt noch mal? Haha. So, jetzt ist er weg. Oh je. Okay. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Pff. Pff. Okay. Moment. Moment. Ähm. Rechts. Hallo? Gehst du mal auf? Ja, wohin denn? Oh, scheiße! Fuck! Schnell, schnell, schnell! Oh, red mit drin! Oh, Mann! Geht schon wieder gut los hier. So, nochmal. Hier lang. Hier lang. Bleiben Sie zumal! Scheiße! Hallo? Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Gibt es keinen anderen Weg dahinten? Scheiße! Ah, warte mal! Da, oder? Da hinten? Das wär's jetzt! Nein! Tür verschlossen! Natürlich! Weil ich komm! Ah so, da unten, ja! Da war ja was! So! Stebe entfernen! So! Danke! Thank you! Hm! So, jetzt aber speichern! Es gibt schon keinen anderen Ausweg da! Oh wei! Nee! Da ist auch nix! Versteh ich nicht! Hm! Ich muss da durchkommen! Ich weiß aber nicht wie! Hm! Okay, jetzt können wir erst einmal ganz normal laufen! Da drin ist was! Ausweiskarte! Hör mir genau zu! Du musst sofort die Arbeit verlassen! Klär einsammeln! Die Katze abholen! Und nach Hause gehen! Wir müssen einen sicheren Ort finden! Bis Siegsen ein Schiff sendet! Ich hab diesen Typen gesehen! Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern! Der mit der Baseballmütze! Riecht komisch! Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt! Sah aus wie eine Waffe! Er hat direkt durch mich hindurch gesehen! Sprich mit niemandem! Niemand darf wissen wo du hingehst! Ich werde sobald ich kann zu dir kommen! Verkabelung! Oh jesus Maria! Lobby! Pfff! 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 Wenn ich aber dann wieder tot bin, was dann? Dann muss ich hier runter oder was? Pff! 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 Links! Genau! Hier lang! Hm! Ja! Das machst du was mal vor hier! Pff! Was weiß denn ich? Okay! Versuchen wir's! Ein Zugangsgenerator! Sie hat versucht den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen! Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein! Ich muss nur eine neue Datenzelle finden! Sie war genau hier! Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern! Willst du es wirklich riskieren? Okay! Wir werden sie finden und töten! Hier lang! Sie war unten! Siehst du was? Was war das? Haha! Um Gottes Willen! Hallo! Ich möchte hier durch! Scheiße! Mist! Wo komm ich denn da hin? Datenzelle finden! Pff! Um Gottes Willen! Jetzt gehen wir mal raus! Karte mitnehmen! Was hat es jetzt gebracht? Aha! Okay! Ich weiß, ich muss wieder zurück! Hier lang! Ach, hier gibt's zwei Wege oder was? Kletternd! Hier! Okay! Ha! Witzig! Pff! Ja, toll! Sie hat ja wieder mega gebracht! Huch! Was mach ich denn nur? Boah, ich darf schon da! Da steht jemand! Sie sind hier sicher? Sieht sich nicht so an! Boah, ich darf schon da! Da steht jemand! Sie sind hier sicher? Sieht sich nicht so an! Sieht sich nicht so an! Oh Gott! Da sind sie da vorne! Ja, was mach ich jetzt? Ich weiß es nicht, dass du mich da allein gelassen hast! Oh oh! Pff! Was soll ich denn tun? Ich kann da nicht hin! Die töten mich! Bleib wach du Depp! Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben! Höh! Ich komm da ja! Ich geh wieder zurück! Ähm! Ja, wie mach ich denn das? Ihr seid lustig! Soll das funktionieren überhaupt? Ich kann mir mal einen erklären! Transit rufen! Pff! 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 Ich seh hier irgendwo was! Oh wei! Da ist aber nichts! Pff! 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 Schau mal hier! Dann ist auch nichts! Schrockt! Droh! Pff! Guck! Wo was hier? Nichts! Dich! Also, der da fährt ins Deck. Der nächste Habitations-Tower. Das ist der falsche. Der da. Service Offline. Und der... Da brauche ich gleich gucken, weil der ist nicht aktiv. Es ist nur der aktiv und derer. Wir entschuldigen uns äußerst. Ja, ja. Ähm. Zum Maschinenraum-Plattform. Transit zu Solomons Habitat. Datenzelle finden, um SZG zu reparieren. Für die derzeitigen Verspätungen. Oh, wei. Komm, wir rufen jetzt. Was soll's. Du-di-du-di-du-di-du. So, da kommt er schon Gott sei Dank So, lass mich rein Thank you Zum Maschinenraum Ah, machen wir's Vielleicht bringt's ja was Wenn nicht, muss ich dann Also, wenn nicht, muss ich dann einfach mit dem anderen fahren No Gehen sie zu Lorenz-Systek-Turm Oh Ich glaube, ich hab was aktiviert Gehen sie zu Lorenz-Systek-Turm Ah ja, okay Ja, toll Okay, ich muss doch da hin Ich weiß nicht, wie soll ich das machen Ich versteh vielleicht ganz Vielleicht muss ich mich geduckt halten und Immer in der Wand entlang Oder so Ah, sehen wir gleich So, jetzt aber Boom, 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 boom Datenzelle finden Ja, ist schon recht Oh, um Gottes Willen Es muss hier irgendwo sein Ich muss da hinkommen Da, hier Nur wie, ne Hm, es muss irgendwie Weg geben Ja, ja So, wo führt der hin Ich glaube, ich muss mal mit dem fahren Transito-Solomons-Habitat Ah, das kann sein Ah, schauen wir mal Schau mal mal, schau mal mal Da, 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 da Da, da Muss mal was trinken, kurz Ich spiele, sie schafft mich Man kann es ja mal probieren Vielleicht passt es ja auch Vielleicht ist es ja richtig, ne Wenn nicht, dann fahren wir wieder zurück Nee Auch nicht Es muss dort sein Hm Das ist echt krass Haltestelle für Solomons Galerie Colonial Marshall Büro Und Siegsen Wohnbereiche Ja, jetzt Muss wieder rausgehen Toll Echt toll Oh Mann Das nervt Okay, muss dort einen Weg finden Wahrscheinlich Gut So Ist die Folge, wo ich hier Aufzug fahre, oder was Oder mit der Bahn Der Bahn eigentlich Tch Na, bis der kommt Speichern wir So So So, da kommt er schon Entschuldigen uns Äußerst Für die derzeitigen Verspätungen Tch Komm ich voll über der Deutschen Bahn hier Dieser Waggon für den Norens-Systemturm So So Fahr mal wieder hin Da bin ich auf jeden Fall sicher Da kann mir nichts passieren Na ja Was soll's Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier das Ding hier kriege Kriege Ah ne Geht auch noch durch Muss erst mal finden Also So Jetzt gucken wir nochmal Ob wir irgendwas tun können Ob wir irgendwas tun können Das ist verstecken Okay Das ist auch nix Tür verschlossen Auch recht Huch Da geht's nicht weiter Okay Ja toll Dann geht nur das oder was Himmel Oh bitte nett So Ganz Vorsichtig Wo sind die? Die sehen mich doch Das ist doch ein Scheiß Wo muss ich hin? Oh gar nix Okay Boah Boah Ich trau mich gar nicht Oh 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 schnell Fuck Boah Boah Ha Halli Halla Schnell rein da Oh Gottes Willen Boah Fuck Oh Mist Unser Gast versteckt sich hier irgendwo Sucht überall Sucht einfach weiter Sie können nicht weit gekommen sein Sucht weiter Sie können nicht weit gekommen sein Lasst euch Zeit Vergesst keine Ecke Boah Boah Er ist verrückt In der Nähe sein Nichts ist so schnell Die sind nicht mehr hier Das war's Also nicht mehr hier Ist halt witzig Scheiße Zum Glück Was meinten die jetzt Boah Alter Boah Hehe Oh ho ho Boah Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie mache ich das am besten? Kann ich da hochgehen? Nein, natürlich nicht. Okay, ich versuche es jetzt einfach. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Psst, außen bewegt sich irgendwas. Bleibt wachsam. Was war das? Nein, komm, komm, komm! Mist! Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Alien Isolation. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!